Ahoi, ihr Landratten. Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von GTA Online. Wir fahren heute ein Hillbilly Wall of Death und das kann ja nur gut werden. So. Jaha. Bunzi. Jooo. Ich muss mich ganz kurz entschuldigen für meine Flüche und Fluchre. Alles in der letzten Folge. Fluchre. Mal gucken, wie es rennt. Also was wir heute aus wie kommen, ist richtig cool und harmlos. Ja, was ist das? Ich kündige jetzt schon mal an. Ihr werdet gleich richtig, richtig den Mage und den Bronzo und den Curry und mich und den Gollum, nein Gollum nicht, aber wahrscheinlich uns ausflippen hören. Denn dieses Rennen ist einmal der größte crazy Motherfucker Shit ever. Oh ne, nicht schon wieder. Echt jetzt? Ja. Oh. Das ist ja mal überraschend. Je wieder nie Fallschirm. Da war auch nichts, Curry, ne? Da war nichts mehr, oder? Kann das nicht sein. Ich hab nicht so was sein. Das ist für mich, dass du was hast. Hey, ich hab genau in deine Fresse geschossen, Mann. Ja, das machst du öfter, ne? Was ist das denn hier, Alter? Was ist das denn? Boah, Megasprung. Dann hier ein Megasprung geschafft. Was ist das denn jetzt? Das hab ich nicht. Hä? Ich bin doch da rüber geflogen. Hui. Wie will man? Toll. Ja, und jetzt? Was ist das denn hier? Ja, komm mal rein jetzt hier. Ja, und jetzt? Darin! Hä? Was ist das denn für ein Scheiß? Wir müssen einfach nur da drüber fliegen, oder? Hä? Nein. Du musst da reinfahren jetzt, oder was? Hey, das ist nicht der Sinn. Wir sollen es doch nicht abholen, oder? Egal, aber es macht Spaß. Ach, ich weiß, wir müssen hier auf Dings fahren. Okay. Worauf müssen wir fahren? Also. Wir müssen hier hochfahren. Äh? Oh, ne. Wie darf ich auch fahren? Wie soll das denn gehen? Du musst die ganze Zeit an die Mauer entlang. Bis du dann auf zwei Reifen kommst, und dann irgendwann fährst du nicht in die falsche Richtung. Und dann sollen wir hier hochfahren. Wer soll das denn schaffen, Alter? Doch, das geht, das geht. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft! Oh, ich bin oben! Ich blau oben. Ich bin unten. Ich bin explodiert. Warte mal. Oh, ich bin raus, ich bin raus. Geil, das Rennen. Oh, geil, ich bin raus. Yo, ich hab's. 5-Hinerte. Du bist raus, Bronzi. Hä? Bronzi, wir haben's, Alter. Ja, rausgeflogen bin ich. Ach, Juri ist wieder ein Streber mit dem Bronzer, ne? Ey, Bronzi wollt mich abschießen. Ey, wollt ihr nicht. Hinter uns ist noch einer. Natürlich. Hinter uns ist noch einer, du Assi. Wollt ihr? Schieb los, Mann. Der macht die Dinger da los. Ey, Alter, ich kann's keine Raketen mehr schießen, ey. Ich sammle die ganzen Raketen ein. Also dieses Beat-Dinger, aber ich kann die nicht. Oh, Curry, Alter. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Und jetzt? Hau rein, Mann. Ich war auch fast draußen. Doch, ich bin auch draußen. Jetzt noch eine Runde. Jo, auf ein neues. Muss man dann wieder da reinfahren, oder was? Ja, sieht so aus. Ja, ja. Zwei Runden. Ey, ganz ehrlich, ne? Die Leute, die solche Maps erstellen, also was ist los mit denen? Dass das überhaupt geht, so, ne? So von der Physik her, weißt du? Ja. So geil, ey. Nein, ich flieg zu weit. Scheiße. Ey, Melcher, wo fährst du denn hin? Ich bin auch so weit. Voll die geile Map, ey. Ich bin drin. Oh, Major, du. Oh, das machst du da. Ey, Major kriegst einen dicken Dislike von mir, ne? Von einem besten Buddy, ich krieg dir weg, ne? Nein, ich hätt' fast geschafft. Du wolltest genauso mich wegkicken, ich hab's gesehen. Würde dich niemals wegkicken, mein Bro, Mann. Ey, ne, du bist schon wieder draußen, oder was? Alter, was bist du denn für ein Assi, ey? Sorry, ey, ich war schon als Kind assig, ey. Hat sich nie geändert. Yo, ich bin auch draußen. Welche Runden hat das hin? Ich weiß es gar nicht. Ein paar. Hä? Was steht da denn, Alter? Ernsthaft? Oh. Was soll das denn jetzt, Mann? Und sie? Ey, hau ab hier. Was steckt da denn ernsthaft aus, um da die Leute zu trollen, oder was? Wenti! Alter! Ich bin voll abgedürftet, Mann. Mit dem Lenkraketenwerfer, oder was? Curry. Nein, Bronzy! Nein, Bronzy! Ja, 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 ich hab' gewonnen! Alter, wie klaus war das denn, ey? Alter, Curry war direkt hinter mir, ey. Wie klaus war das denn? Wo ist der Curry, Mann? Curry? Wir sind im Ziel. Sag hallo zu deinem Meister. Aber eigentlich kannst du auch, ich strecke, also du kannst da drüber springen, wenn du dann in einem Zug drüber springst, dann kannst du direkt weiterfahren. Du musst das Ding gar nicht schaffen. Nee, ja, ja, ich bin auch drüber gesprungen. Peter. Also ich bin vorhin einmal drüber gesprungen, aber das hat nichts gebracht. War mein erstes Mal. Ich hab'n drüber weiterfahren. Voll die Ausraster und so zu erwarten haben. Ach, war doch lustig, die mal... Logan. Wer ist hinter mir, wer ist hinter mir? Kann man machen. Dennis, Dennis mal wieder letzter? Das ist echt so. Was macht der denn hier, der supergeile? Na gut, du bist auch ausgestiegen und wolltest uns auch auf offener Straße erschienen. Mann, ey. Mann, ey. Muss man ja auch erwähnen, ne? Habt ihr eure Wetten auch schon auf Onkel Bronze platziert? Ja klar. Willst du schon wieder erst, oder was? Ich hab' alles platziert auf dich. Was ist denn heute los hier mit der Upper Brust? Ja toll, nur 5.000, Alter. Was hast du mal, wer noch Schminke in der Fresse hat? Ganz ehrlich, ey. Alter, wie wär uns du denn rumgelegt? Ich hab' noch Besuch vorhin. Oh, ne, ey. Oh Gott. Okay, guck mal, gesetzten fort. Da hängen wir direkt noch einen ran da. Okay, ne? Kann man den machen. Machen wir das jetzt nochmal? Machen wir das jetzt nochmal? Aktualisieren. Aktualisieren. Oh, guck mal hier oben, das Rollfeld überrollen. Das denn? Okay. Da spielen wir jetzt. Ja. Sieht doch ganz gut aus. Okay, da spielen wir jetzt. Das sieht lustig aus. Nichts wie weg hier. Nichts wie weg hier. Sonst machen wir, äh. Schöne, lies mal vor. Bei mir steht auch noch. Wenn du schon die Pilotenzugangskarte für alle Bereiche des internationalen Flughafens von Los Santos hast, solltest du sie auch ausreizen. Hochgeschwindigkeit, hohen Rennen für Klassiker rund um die Termin... Na, Gebäude. Pass auf Gepäckwagen, Endkuchen und süßen Drehberge auf. Los, dich. Dankeschön, Curry. Ja, was ist das denn für Autos? Krokett. Ich kann nur diesen Einwagen auswählen. Ich kann nur die Krokette auswählen. Ich schreibe die Krokette. Schreibt, Colum, welches Auto. Ja, Colum, such mal aus. So selbsterklärend. Ich mach jetzt mal den Curry-Modus. Schreibt mal Centi. Mal gucken, ob ich damit besser bin. Gut, dann fahr ich jetzt mit Tastatur. Dann kannst du nur mit Controller fahren. Welcher, silly. Ja, ich guck, ob ich damit besser bin. Okay, auf geht's. Was ist das denn für eine Karre? Oldie, Mann. Voll die süße Form irgendwie. Bonze, wie geht das Oldie, Bad... Red, holdie, Bad, goldie, Alter. Was ist denn los? Red, holdie, Bad, goldie. Kein Kommentar. Wie schlecht das einfach ist, ne? Ja, Mensch hat ja gesagt, ich soll es Red, holdie, Bad, Bronzi nennen, ne? Ja. Noch besser, weißt du? Boah, ist das spannend, ey. Voll die Karreer-Bahn, Mann. Boah, Mann, ey. Alter. Jo, die Rapsen, der ist mal bei'n Haufen, Mann. Hey, wer war das? Der Major ist... Was? Dislike, Major. Curry. Ich war's. Boah, was ist der enge Kurve, Mann. Bisschen Curry-Life und Major-Life. Voll Major, er wird nur so cool machen können, aber den muss er halt aber noch. Ich weiß nicht, Mann. Der Major ärgert mich nicht. Ey! Ich weiß nicht, du krass. Du bist du drin. Haha. Ich hab mich umgedreht, Mann, Scheiße. Nimm der mich da erstmal auf seine Arsch, ey. Auf deinen Arsch. Auf meinen Arsch, ey. Auf meinen Arsch. Komm her, du Arsch. Komm her, du Pupsi. Pupsi. Du Pupsi. Oh, Gollum, ey. Gollum ist so dreckig, Mann. Gollum ist so dreckig, ey. Sorry. Hat der dich extra gedreht? Ja, Mann. Ey, der hat doch extra noch duschen, Mann. Martin, Gollum. Das war dreckig, Alter. Das kriegt der sowas von zurück. Oh, Mensch, ja, gar keine Fündigung. Oh Gott, warum tut der denn, ey? Das ist Nirvana, Mann. Und die. Was ist von der Karre hier, Alter? Ist eigentlich ganz okay. Naja, der schlägt voll aus, der Wagen. Ach, das hast du mein Ge... Ach, die hab ich auch. Die hab ich mir sogar gekauft, das Auto. Ja. Ach, du hast wieder die getunete Version genommen, ne? Nee. Ja, duri, 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 duri. Nee, hab ich nicht. Okay, cool. Verschwöre auf alles. Ich hab sogar ein Eid abgegeben. Holt man noch gar nicht. Welcher? Jo. Du bist ja ein großer Dragon Ball Z-Fan, ne? Jo. Nimm mal die Titelmusik von Dragon Ball Z. Oh, nee. Der war's. Wornse, Kurve eng nehmen. Oh, oh. Du musst dir doch noch einholen. Gibt's doch nämlich, da vorne fahren die und ich komm nicht ran. Wornse. Was denn? Wage dich, wage dich. Wage dich. Das sind Echsen jetzt da, irgendwie die Zuschauer, Mann. Guck mal, wie ich die ganze Zeit direkt hinter dir bin. Ja, da war aber nix, ey. Jetzt hast du deine Führung verloren. Boah, Alter. Voll ausgeschlagen, ey. Boah, Alter, zusammengebrochen. Ey, nein. Alter, das gibt's doch nicht. Ich seh nur auf der Karte, wie er voll reinfährt. Ich bin doch vor dir. Scheiße. So, Gollum. Wo bist du denn unterwegs? Du bist dreckig, ja? Ja, danke. Dann ramme ich dich jetzt auch weg. Ja, Curry, mach das bitte. Wie viele Runden gibt's denn hier? Wir müssen ja noch treffen, ey. Drei. Nein! Okay. Können wir nicht laufen. Pass auf, Gollum kommt, Bronzo. Ich bin doch vor Major. Oh, nee, ja, ja. Aber nicht hergeben. Oh, nein, ich bin daneben gefahren. Oh. Hat der auch. Toll. Nein! Oh, ich war die ganze Zeit so gut, ey. Ich fahre mit dir her. Hol den weg. Ramm den, Bronzo. Ramm den kaputt. Kann ich nicht, Mann. Ey, der Bronzo kommt. Bronzo kommt, Alter. So klar, Mann. So geil. Ich guck auf den Radar und seh dann so einen Punkt hinter mir herfahren. Und ich so, hä? Nein, ich ausschlaue, nein! Oh, nein. Ich war so gut dabei, Mann, ey. Ey, das wär noch mal knapp geworden, Bronzo. Ja, ich hab den Windschatten alles benutzt, ey. Okay, das Rennen will ich noch einmal wiederholen, gleich. Schade. Ah, ist okay, aber... Dann müssen wir eigentlich ein GTA-Rennen draus machen, ey. Ohne Witz. Ja, GTA-Rennen. Ja, mit Waffen wieder, also mit Raketen oder so was. Ja, ja, genau. Lass mal machen. Mensch, ey. Wieso warten die denn immer? Ich verstehe das so nicht. Warum fährt der denn dann mit? Mann, ne, ja, Mann. Wieso fährt der dann mit? Wahrscheinlich, weil er dich gerammt hat. Ach, Quatsch, ist doch egal. Rolli. Das hat er gehört. Passiert, man. Der Curry hat sich gut geschlagen, ey. Mach mal mit Raketen, Dennis. Waren die Zähne wieder am fletschen, oder was? Mhm. Das war nur da in dem Moment dreckig, warum. Oh, was für eine schöne Badehose. Oder was? Wird sie die mal runterziehen, die Hose? Nee. Curry, was? Was, Curry? Jetzt können die Schatten sein, wie Currywurst. Da sind sicherlich keine Blümchen drunter. Oh, ne, Wiederholung hier, guck mal. Warte, ey. Ey, Mann, geht noch. Typ müssen wir hier abhängen, ne? Manchmal denke ich mir das auch, ey. Okay, machen wir jetzt mit GTA-Rennen, ne? Ich hab gehört, in der nächsten Folge kommt was Explosives. In der nächsten Folge, die Folge geht erst 10 Minuten, 11 Minuten, Bronzo. Ja, aber wir fahren ja jetzt noch ein Rennen, aber danach. Was kommt denn danach? Ja, was Explosives, Mann. Ja, was denn? Nimm mal besser raus. Ich hab noch weggeballert. Ja, was denn, Bronzo? Wer weiß, wer weiß. Kann ich nicht ändern, Matcha. Es wird auf jeden Fall spannend. Mach GTA-Rennen. Hab ich. Jo, hat er, hat er, hat er. Red Ballkirchen. Hat er, hat er, du bist da. Ja, Bronzo, was kommt denn? Ich sag nur, weggeballert wie Angry Birds. Ach, Angry. Wie kannst du leider diesen Wagen nehmen? Ja. Oder eine andere Farbe, Mann. Bronzo, Alter. Geilste Farbe, Mann. Aber alle wetten auf mich jetzt. Okay, alle. Wir wetten alle auf Maheger. Jo. 10.000 auf Major, komm. Der Major sieht in dem Spiel aus wie K-1, Alter. Ganz ehrlich, also der Blick ist echt, echt ein Traum. Aber der Blick ist echt, wie Major genauso guckt, ey. So, fies. Was? Der hat eine Augenbraue hochgezogen, die ganze Zeit. Ich gucke also fies. Ja. Könnte man, in jedem Moment, du packst... Jetzt mit Raketen? Jetzt mit Raketen, Bronzo. Geil. So, wie du es magst. Ich werde euch den Marsch blasen. Runde 1 von 4, Mann. Bronzo. 1 zu 9. 1 zu 9. Okay, okay. 1 zu 9. Ich habe extra nicht die Raketen abgefeuert auf dich, Mann. Scheiße, Mann. Boah, fuck. Voll daneben, Alter. Fuck, ey. Ach, ey, mir passiert das immer wieder. Schon wieder flüge. Ich habe Rennsinn einfach nicht mal eine Sache. Major, das ist noch so ein bisschen, Alter. So auf zwei Beinen, ey. Zwei Beinen, voll. Scheiße, Mann. Ich habe mich gedreht. Scheiße, ich... Nein, boah. Ey, die sind durch mich durchgeflogen. Ja, bei mir auch. Komm, Major. Nein, da kam ein Tunnel, Major. Der ist eng, warte. Ich bin fremd. Ektakolo, Mann. Surya. Nein, hau ab. Oh, ich habe verpasst. Warum? Curry, deinetwegen. Du bist so ein Blender. Ich habe dich doch kein Blender. Major, Mann. Was machst du denn da? Ich muss... Ich muss jetzt... Toll. Oh, Alter, du... Du Penner. Danke, Major. Ich hasse euch alle, Mann. Ich bin Fünfter. Oh, Alter. Wer ist denn da mit Pink? Brunzi, hier. Oh, schon wieder, Mann. Er fährt doch noch genau in die Rakete rein. Abfreundlich, ich bin Fünfter. War schön mit euch. Ich werde euch mal zeigen, wie Retrolli funktioniert. Retrolli. Der ist ja dann schon wieder unterwegs. Der Special-Koffer von Brunzi. Wenn der Retrolli sagt, den gehe ich immer an so Fabioli. Ich weiß auch nicht, warum. Der Trolli-Koffer, Mann. Ja, ist nicht so. Nein! Papa, du blöde Karre. Oh, Alter. Kleinigung. Ey, wer ist denn gerade Erster? Curry. Oh. Aber war überhaupt noch. Weil ich mich mit Major im Tunnel gequetscht habe. Curry, Curry, du bist ein Dory. Netter Versuch da hinter mir. Aber das wird nichts, Mann. Hör ab, Mann. Wenn du jetzt einen verpasst, ey. Oh, die Karre. Wieso fliegen die dann durch die durch, Mann? Ja. Wohl ruhig. Ja, ich bin gegen die Wand gefahren, ne? Hallo. Curry, was machst du da? Achso. Curry, was machst du da? Hat Dennis aber dich getroffen, ey? Nicht. Wer wäre es denn jetzt weiter? Dennis. Sorry. Herr Gollum. Am Arsch, Curry. Was willst du? Meine Rakete. Könntest du den Arsch decken? Ja. Okay. Oh, mein Gott. Oh, Bronze. Du hast gestreckt. Ja, hab ich dir die wohl in den Arsch gestreckt. Picadou. Du riechst hier. Picadou, wie du wüsst. Okay, Curry, Mann. Du wüsst'n Krieg, du kriegst'n Krieg, Mann. Ich krieg'n Krieg, Mann. Ich hab' mir die Bomben aus, ja. Da hab' ich mir beim Matcher geliehen. Hoi, Curry, da. Ja, alle wetten auf mich, hab' ich mit'n letzter. Ja, Geld kann man auch anders investieren, ne? Die üben wir nochmal, ne? Wie er langsam fährt, weil er Raketen hat da vorne, der Rotzlöffel. Nee, nee. Ja, er hat schlecht gebremst gerade. Ist das jetzt die letzte Runde, oder ist das nur noch ne Runde? Wird wahrscheinlich so zehn Runden eigentlich stehen. Wie du wirklich auch erster werde. Neiinn. Kleine Info am Rande. Boah, Alter. In den Flügel. Beschleunige niemals in der Kurve. Boah. Oh Mann, nein. Sie schon wieder. Boah. Nein, ich hab' ich selbst nicht gehört. Nein, ich konnte mich nicht. Ich konnte mich verlassen. Boah. Ja gut, das kann's knicken. Nein, das ist der Erste. Obwohl, warte mal. Einen Arzt hab' ich dann noch im Ärmel. Oh nein, was ist der Dumme, du bist jetzt hier am Start. Hack mal aus, aber wir brauchen das jetzt. Okay, das war's. Ey, was willst du denn da? Nein! Ich hab' schon labert fest. Wir müssen den Sieg verhindern. Irrmann, 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 Duri-Duristin. Duri-Duristin. Wo sieht der Duri-Duristin aus? Scheiße, ey. Ey, warte, ist das... Hä? Du bist doch ein Arsch! Wie der extra abdreht. Jawoll, ich hab' König weggeblasen. Wunsch mir fällt erst mal gegen den Zaun, Alter. König haben wir weggeblasen, ey. Was? Ich warte jetzt so lang, bis die Rakete hier spawnen. Ich will ne Rakete haben, komm. Gib mir ne Rakete, ich will nicht für Bronze. Ich will Bronze in den Arsch jagen. Komm, Bronze. Komm her, Alter. Showdown hier, oder was? We-we, du bist so ein Arsch! Komm, ich hau mit, Bronze. Du bist so ein Arsch! Du bist so ein Winxer! Ey, Bronze, du Pender, was willst du? Jetzt werde ich noch letzter hier, oder was? Hallo, die Typen, äh... Nein, 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 ich werde so ein Pein, scheiße! Ey, das kann doch nicht sein, ey. Und wer war's? Wer hat's geschafft? Ey, Bronze, Bronze, ich hab' dich gerettet, ne? Curry wollte ich wegspray. Danke, Mann. Jo, Mann. Ey, Curry, du fährst am Ziel, bro. Ja, ich spring mich jetzt selbst weg. Der gehört nochmal, oder was? Ja, Mann. Komm, eine Runde machen wir noch. Curry, das war cool. Danke, ihr könnt doch ausschalten, die Folge, wenn ihr denn die wollt. Toll, Curry. Das hätte voll funktioniert. Wollt ihr durch, und... Warte, ich mach' einen Megastunt jetzt. Pass auf, oh, da steht ein Auto. Der Curry fährt illegale Straßen ran. Bam. Okay, auf ein neues. Okay, weil das heute so schön ist. 9-11. Mach' mal nochmal... Was? Geht die Zeit, 9-11. Toll, guck mal, ich hab' jetzt so 8.000 verdient, aber da ich auf Major 10.000 gewettet hab, ist alles weg. Ach, das bin ich ja, Mann. Jo, guck mal, der Gewinner, der King. Toll, Major. Oh, my God. Fucking good. Kommt, Jungs. Die Wiederholung, oder was? Nächste Runde. Nächste ist Glück. Nächste Runde, nächstes Glück. Die Wiederholung, komm. What? Machen wir nochmal, ja. Hab' ich schon gerne eine Wiederholung, ne? Einmal, weil das so lustig ist. Ich hab' meinen Curry noch eine Rechnung geoffen. AFG. AFG, Mann. Ich hab' ja das Gefühl, dass ich jetzt gewinnen werde. Ich hab' das Gefühl, dass ich jetzt töten werde. Wieder GTA, oder was? Jeden von euch. Ja, natürlich. Ey, Curry. Man kann echt die Klassen jungen. Curry, wir jagen uns nicht. Gegenseitig. Ja, wir jagen jetzt Mafuyu. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Kann man echt nur Klassiker nehmen? Ja. Komm, Jungs, komm, Jungs. Ja, es ist so wichtig. Oh, ist das warm hier drin, ey. Oh. Wann mal passieren. Ich will anfangen jetzt. Starten, bereit sein. Ja, Mann. Bereit zum Spielen. Let's go, komm. Ich bin bereit. Ich war noch nie bereit. Komm, lass uns starten jetzt. Ich bin mega bereit. Bitte lass uns starten jetzt. Komm. Machen wir, machen wir. Ich werde gewinnen, Mann. Ich werde gewinnen. Der Regen ist mit uns. Okay, Jungs, komm. Eins muss man GTA erlassen. Der Regen sieht im Spiel so geil aus, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall, ey. Ja, um. Ja, klar. Ich habe nicht so einen Scheiß-Bauer. Meine Rakete-Kollum. Meine Rakete-Kollum. Dennis, nein. Meine Rakete-Kollum. Ja. Das war so klar, Mann, ey. Guten Abend, wollen Sie nicht. Nein. Wollt noch extra nicht vorfahren, aber nee. Curry. Ja, was denn? Wir springen uns nicht weg. Team-Arbeit. Team-Arbeit, Curry. Alter, im Regen, die Karre, die hatten ein Handling, ne? Fahren zusammen ins Ziel, Mann. Oh, Mann. Ich linge mir ganz ein. Warte, da kommt Gollum. Wir müssen ihn ausschalten. Na, was machst du denn? Ja, ich habe ihn ausgeschaltet. Voll weggeschossen. Aber die alle am Streiten sind hier, ey. Ich kicke ihn raus und du schießt ihn. Ey, das Rennen ist so geil, irgendwie. Yo, danke. Oh, nein. Boah, beide gekillt, Mann. Alter, ernsthaft. Boah, Double Kill, aber dann bin ich gegen die Treppe. Wir sind in einer rei. Hä, was war das denn, Mensch? Hä? Wir sind ein bisschen starrer, wenn man ihn anhält, ne? Okay, wir greifen ihn nochmal an. Vonze aus dem Weg. Vonze aus dem Weg. Ist gar kein Gegner, so. Alter, ich bin voll vergrätscht. Vonze ist du Hindernis. Doch, jedenfalls nicht letzter. Vonze, äh, Mensch, du musst Vonze ausschalten. Ist der, der ist hinter mir? Ja, ich weiß, du musst ihn ausschalten. Ja, ja, mach ich okay, Mann. Vonze kommt im Bett, Mann. Ich hab doch eh gedrückt. Ich schalte sie selber aus. Jetzt müssen wir mal Fuyu holen, Major. Jo. Müssen wir mal Fuyu holen, aber es regnet. Wir werden mal Fuyu niemals kriegen, Mann. Ich hol ihn dann. Ben ist erster, ja, ne? Ja, bist du was von einem anderen Pro-Game erwartet, oder was? Ja, ich spiel hinter dir, ne? Hm, komm. Warte auf dich, du altes Zigeuner-Schnitzel. Rief mir ja gerade ein spannendes Duell mit Gondom, ey. Welchen Platz sind wir uns denn? 35 und 36? Ja, ja, ja. Ey, Curry. Ohne Wissen, ey? Jawohl, Curry. Curry, oh. Du bist der Sohn einer Missgestalt. Oh, Gott. Oh, Gott. Natürlich, weil ich... Ohne Scheiß, Curry, das war so nice gemacht. Ich hätte fast die Rakete abgefeuert, hab dich aber gesehen, weißt du. Fass du dich, Curry, ganz ehrlich. Wir haben auch noch eine Rakete. Ey, wir müssen das eigentlich nochmal spielen, dann nochmal Allianzen bilden, so zwei gegen zwei oder so was. Das geht, Rache, Curry. Ich bin dafür Letzter. Ich hab alles... Ich hab alles aufgegeben. Ich spreng mich selbst. Braucht ihr das nicht dann ernst? Hallo, Gestalter, wer ist ja kein Gegner, Mann. Du bist ein richtiger Anal-Pyra, ganz ehrlich. Wer ist hier kein Gegner? Du kannst deinen Pimmel und deinen Ventilator nehmen. Hey, yo, hallo, bist du, Alter. Hast du gesagt, wer ist hier kein Gegner? Ohne Scheiß, der Typ ist ja Arme, Mann. Du bist der Scheiß-Regen, Mann. Ich, Curry, fick dich, ehrlich. Oh, was ist das denn? Alter. Curry, ich hab im Tunnel gewahrt und beide weggejagt. Ja, Alter, ich bin Zweiter. Komm, Curry, komm. Jetzt bin ich dritt am Abend. Was war das denn für eine Allianz, Alter? Ich bin Erster. Curry, scheiße, ich war Zweiter. Jetzt war ich Zweiter. Ich war die Letzten und wir haben aufgeholt, Mann. Ja, weil ich die im Tunnel... Bist du Zweiter? Ja, Mann. Okay, wir fahren ins Ziel. Warte. Und... No, Curry. Oh, nein, ich bin da gegen eine vollgehe Mauer. Weißt du, was das für eine Taktik war? Du warst Letzter, ich bleib im Tunnel so, wo alles eng ist. Rückwärts hab ich geparkt und auf die beiden gewartet, weißt du? Und jagt die in die Luft. Hey, wie geil. Ich hab keine Nummer, oder was? Folge das perfide Spiel, Mann. Nochmal. Nochmal. Okay, jetzt Allianz. Ey, Curry, ne? Ich bin Major Allianz und du mit Bronze. Ja, ich brauch einen Mitspieler, nicht? Boah. Ich bin ein Schwein am Steuer, da ganz ehrlich. Ich fand die beste Szene. Das wirst du noch beräumt. Das ist ja kein Gegner. Und dann Curry so bitter, weißt du? Ich fahr so eigentlich der Welt, der Welt und ich liefere uns so das... Das war das Jahrtausendbattle auf CDF, so, weißt du? Auf CDF? Auf CDF. Dann kommt der einfach so, stellt sich so hin, so, da vorne, weißt du, da so, hallo. Ganz ehrlich, komm, ey. Da muss ich dir noch ein nächstes Mal einen Zahn für ziehen, ne? Okay, das nächste Rennen müssen wir mal in der Wüste machen gleich. Ey, meinst du, hier guckt noch grad jemand das Video bis hier? Komm, einmal noch, bitte Allianz. Ja, Junge, das ist das beste Rennen. Genau, wir machen Allianz, Bonze, ich, Major und Last but not least. Okay, soll ich 15 Runden machen? Nein, Mann. Nee, mach mal 6, mach mal 6. Nein, 4, okay? 6, okay? Das wird sonst zu lange, Dennis. Okay, 5, komm, 4. Okay, 5. 5, 5, 5. Nee, 4. 5, 5. 5 ist gut, 5. 5 ist gut, 5. Okay, 5. Mal zum Abschluss erzählen, diese Folge. Ich kann ja auch mal Just for Fun machen, ein bisschen länger spielen, ey. Okay, gut, da habe ich ja eine Rede mit dir. Wenn du nächstes Mal hinkommst, das ist einfach eine Nackenschelle von mir, ne? Oh, aber wie gut unsere Teamarbeit mit Curry war, ne? Erstmal, Curry haut erstmal Mafuyu weg, ich werde Erster. Dann ist Curry Letzter und ich hau Dennis, nee, ich hau Gollum und Bronze weg. Curry wird Zweiter und ich werde Erster oder so. Geil. Krass, ey. Das war super, ey. Curry und der Major, das sind ein bisschen richtige Spuletten vom Dienst. Oh, Curry, Mann, so wird gespielt. Okay, Mann, jetzt alle gegen Dennis, oder was? Hey, Mann, alle hupen. Hä, warum alle gegen Dennis? Ja, du wolltest es so haben, Mann. Wann denn? Du hast vorhin gesagt. Kein Gegner ist ein Gegner. Komm, Bronze, komm. Allianz. Vor allem für der Bronze wieder mit dem Auto, weil der Wagen von Bronze war mal weiß, aber der hat eine Rakete schissen. Hol den Gollum da weg. Bronze, du gehst zu uns, Mann. Jawohl, sauber. Super, Mann. Wir haben ja weggerammt, alle. Bronze, du gehst zu uns, Mann. Komm. Wer hat denn das die Rakete hier? Ich komme. Okay, wir müssen aufpassen. Boah, Alter. Gollum gibt mir einen Kick, aber ich bin noch da, Mann. Das ist clean. Mafuyu hat mich weggegangen. Boah, Mafuyu wollte schießen. Boah, Alter. Ich habe gar nicht geschossen. Ich habe niemanden ratiert. Den hole ich mir. Mafuyu ist ausgerutscht. Bis Major. Mafuyu, komm mal her. Boah, schade, Mann. Alter. Was ist da los, Alter? Du musst so Gollum ausschalten. Wannst du, was auch? Mafuyu ist hinter mir. Ja. Ich habe von hinten eine Granate für ihn. Ne, Mann, warte, warte, warte. Ich habe auch noch ein Kick. Wie kann ich nach hinten schießen, Mann? Nein, Mann, ich bin. Achso, ich dachte, Dings. Ey, ey, stopp. Ich dachte, Dings, ihr supergeiler, supergeiler Mafuyu, ey. Oh, da ist er, ey. So fest hin. Ja, der hat mich ausgekickt. Recht mich, Mann, recht mich. Wow. Was ist das denn, ey? Ey. Curry, Mann, ich bin hinter sich. Ey, wann bist du denn von mir? Weg, 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 weg. Schön, Mann. Scheiße, Mann. Brotzen, komm. Brotzen, komm. Brotzen, komm, Brotzen. Brotzen. Unsere Allianz. Unsere Allianz gewinnen, Mann. Okay, brotzen, Mann. Ja, den haben wir gerade aus dem Spiel gezogen. Dennis wurde bereit. Ich wollte Gollum. Gollum. Okay, wir müssen Gollum, Mann. Wir müssen Gollum holen, Bronze. Okay, Mann, der soll mehr kommen, ey. Fahr du weiter, ich mache Hinterhalt. Ja, okay. Bitte, Alter. Nein, du musst weiterfahren, Mann. Yo, er hat dich. Ich habe ihn. Yeah. Du hast mich auch weggerammt, Mann. Du hast auch aus dem Spiel geholt. Jawohl, Curry, Mann. Oh, du willst du das? Der erste, nice. Was ist das denn? Das kann aber so nicht bleiben. Nee. Ah. Ey, der ist so ein Pirat, Anna, Mann. Okay, Jungs, komm. Pirat, Anna, Mann. Komm, Brotzen. Boah, Salo, Alter. Ja, Mann. Gollum. Gollum, ach du scheiße. Er ist Täter, Mann. Gollum. Er ist Täter. Er ist Täter. Tschüssi, Mensch, tschüssi. Ist der Zweiter, oder was? Ja, ja, der ist hier gerade. Komm, Zweiter, okay. Ihr müsst was tun, Mann. Ich bin 5 da. Komm, lass ihn mal fahren, komm. Ich glaube, der hat schon Angst. Guck mal. Boah. Was habe ich dir denn mit zu tun? So, jetzt noch Gollum. Wollst du holen ihn dir? Ja, warte mal. Brust, ja, Brust, ja. Fahr mal, Fahr mal, Fahr mal, Fahr mal. Okay, Ablängungsmanöver. Okay, erst drängt hinter mir. Warte mal, lass dich jetzt nicht wegkrammen, Alter. Okay, okay. Alles gut. Hast du Rakete? Zack. Dauber, Mann. Dauber, Alter. Lupa, ich bin jetzt Dritter, Mann. Brust ist Zweiter. Ja, ist doch gut. 1, 2, 3, Mann. So muss die Allianz laufen, weißt du. Ich stelle mich jetzt in den Tunnel rein und knall Dennis nochmal weg. Nein, Mann. Wir haben doch unsere Plätze. Das ist doch fies. Ja, eben. Okay. Vorsicht. Richtige Herrscher seid ihr, ne? Ich bin mich meiner eigenen Freunde getäuscht, ne? Wer ist ja kein Gegner, Dennis, ah? Ja, Bronzy. Ey, Major, dein Ernst. Major, du hast jetzt wirklich gewartet. Ja, Gollum ist dritter, knallt schon ab. Okay, Mann. Okay, wir müssen Gollum holen. Warte, fahr vor. Sorry, wir tun nur so, Bronzy. Ja, wer kommt da hinten, ne? Gollum ist hinter uns. Der Gollum jetzt. Wir müssen natürlich aufpassen, dass ich jetzt keine Raketen habe. Ich gebe kein Gas, war nicht zu schnell. Ich dachte, du wärst mein Bro, Mann. Du bist der letzte Bro, den ich habe, ganz ehrlich. Mit dir bin ich... Was? Weiß, ich stehe beim Pudeln und warte. Okay, okay, go, go, go. Nein, wir dürfen nicht auf den Augen lassen, Monzy. Scheiße, scheiße, scheiße. Go, 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 go. Oh, Dennis, mein Bro hat mich geraten. Fuck, ey, ich dachte schon... Der biegt da noch ab oder so, ey. Leute, schalte den Dennis aus. Bronzy, wir müssen den holen. Ich krieg den, ich krieg den, warte. Dennis kommt. Was für Dennis kommt? Du kannst mich mal am Arsch. So, jetzt aber, jetzt aber. Dennis, Mann, auch ab. Warum hufst du denn? Die Zweiten mit dir sind vorbei, Karin, Mann. Wir waren mit Bros. Okay, Gollum ist weg. Okay. Bronzy, du musst jetzt aufpassen. Gollum kommt jetzt durch den Tunnel. Ja, wo ist der, Mann? Der ist irgendwie gerade stehen geblieben oder so. Der ist hinter dir. Bronzy, du musst stehen bleiben und die abknallen. Okay, Mann. Warte, warte. Ich bin Zweiter, Bronzy. Lass mich vorbei. Und let's go. Ich stelle mich einfach quer. Ey, du bist... Der fährt da vorne rein, Alter. Oh, sorry, Bronzy, Alter. Nein, nein. Bronzy, sorry, ich dachte, das ist der Dennis. Bronzy, Mann, sorry, ich dachte Dennis, Mann. Ja, orange, äh, bronzefarbevoll. Ich hab schon, nee, ich hab nur auf die Karte. Oh, na. Mensch, hab ich so Zweiter an dem Fehler, ne? Alter, der spielt da erstmal wie so ein Wahnsinniger, ey. Sag's. Gut, dass ich noch eine Rakete auf Lager hatte, Dennis. Bist du schon, Bronzy. Bronzy, bist du Dritter? Ey, Vierter. Gollum ist vor mir hier, ey. Ich kann uns jetzt helfen. Wir müssen eigentlich warten. Oh, nein. Oh. Ja, ja. Passt schon gerade. Du darfst dich nicht töten lassen, Brozy. Ich bin direkt hinter Gollum, Mann. Der kommt gleich, der kommt gleich als Erster. Okay, warte, ich mach Hinterhalt. Okay, Mann. Okay. Hinterhalt. Warte, warte, warte. Ich hol auch eine Rakete. Warte, einen zweiten Tunnel. Nein, ich fahre durch hier. Kommt doch nicht mehr durch, deine Gollum. Pass mal auf, da. Ich bin hinter dem und ihr seid vor dem, weißt? Gollum, die waren hinterhalb. Pass auf, die schießen in den Tunnel. Ist der dritte, oder was? Volle Verräter, Mann. Oh, jetzt ist es durch, jetzt ist es durch. Du musst ihn holen, Major. Er hat eine Rakete, pass auf. Er ist letzter. Kannst du ihn nicht holen, Mann. Warte, warte, warte. Curry. Ja? Okay. Nein, ich habe vorbeigeschossen. Du musst die Rakete holen, Major. Hab ich, hab ich, hab ich. Warte, er kommt. Ich ramme ihn weg. Na, ist Trybons. Hähähähähähähäh. Ach, wegen Curry, eyhähähäh. Nein! Komm, komm, komm. Warte, ich halte, ich halte. Nein, der den ist, kommt da! Der den ist, kommt da! Nein, der den ist! Ich hab Gollum weggekick, Mann. Fahr, 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 fahr. Scheiße, Kai! Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Wir hatten sie Kontrolle verloren. Scheiße, Mann, alle. Wurde, waren alle vorbeigefallen, alle! Ey, warst du jetzt erster oder was? Ja Okay, das war nice gemacht, ey Weißt du, die haben doch wohl die Pläne Der Wetter war vorbei, ey Guck mal, ey, die Bitches Die ersten paar Runden haben wir mega gemacht, ey War nicht schlecht, Mann Jo, go, go, go Wir müssen jetzt eine neue Map machen gleich Egal, Mann, das war zum... Nehmen wir doch auf, ne? Egal, das war zum Wort, komm doch einfach Ey, du musst jetzt so lachen Ey, Gollum, pass auf, die wollen dich immer austricksen Die haben eine Allianz gegründet, pass auf Wie kann man in Endgame reden? Die stellen sich immer im Tunnel und so Wir beide müssen die alle gegen Dennis Jo, Gollum, Alter Nein, 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 der Curry und so Die haben den ganzen Tag gegen dich geballert und so Pass auf, ey, der Curry ist ein wichtiger Fuchs Denn Dennis will die ganze Zeit gewinnen Wir müssen den abballern Los jetzt mal Du kriegst fünf Abos von mir, Gollum, wenn du alle tötest Boah Ja, Gollum, red ruhig, Mann Red ruhig, Mann Red ruhig, Mann Wir spielen alle gegen Dennis, Mann Also Allianz, Allianz gegen Dennis jetzt Jetzt ernsthaft? Kann man mich eigentlich im Game hören? Ja, wenn du N drückst N oder V? N Gollum, Mann, hörst du mich? Jetzt hört man dich nicht Ganz ehrlich, ne? Du bist ein richtiger Bumser, Alter, ganz ehrlich Ja, natürlich tut es mir leid, dass es in dieser Folge nur das Rennen gibt, aber es macht unheimlich viel Spaß Und man soll natürlich so lange zocken, wie es auch Spaß macht, ne? Trotzdem müssen wir gleich noch eine andere Folge machen Ihr wisst, was das heißt, ne? Ihr müsst ja auch gar nicht mehr gucken, ihr könnt ja auch ausmachen Okay Wenn ihr dann immer wollt Ja, Dennis, jetzt komm Allianz, Mann Komm, Curry, Mann, alle auf Dennis Okay Der bleibt einfach stehen, was ein Wichser ist Ja, ja, bleib du mal stehen Okay Ja, Gollum, Mann, was gibt's doch nicht? Nein, ich reib mich ein Nimm die Rakete Nimm die Rakete Habt ihr Rakete? Okay, lass mich vor, dann kann ich die andere Rakete nehmen Ja Ey, wo fährst du denn hier, Major? Scheiß, Thomas So, der Gollum ist schon mal ausgeschaltet Sehr gut Super Jetzt ist Dennis noch ab und an Ey, ne, mein Freund Was soll der mies Ist das Dennis, der weiß hier, ne? Jo Pass auf, ich bin neben Dennis gerade Aua, ich will mich drehen Ich hab ein Geheimrezept für Dennis Nein Am Arsch, Curry Ich hab noch eine Rakete mit Dennis, warte Weck der Curry, weck der Curry Oh, schade, Mann, ey Oh, Alter, was ist denn da, ey? Weiter, 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 weiter Oh nein, Gollum hat mich weggejagt, fuck, Mann Ich bin letzter Okay, pass auf, Mann, der kommt euch gleich entgegen, ja Ja, ich hab leider keine Rakete gerade Wir müssen irgendwas tun, Mann, ich bin letzter Du, müssen warten, bis die Raketen wieder da sind Denn es fährt da vorne ganz ruhig Hol in dir Komm, Bronze, bitte Solange die Nitro, dass du wieder aufgeholt hast Und dann nimmst du zu einer Rakete Okay Aber manchmal muss man echt aufpassen hier wegen Nitro, ey Naja Ne, muss ich dabei Dennis, wo bist du? Da, wo du dich gesponnt siehst Bist du dir da ganz sicher? Ja Oh, der ist direkt vor mir, Mann, aber ich komm da nicht ran, ey Ernsthaft, Curry Das find ich ein bisschen scheiß, wenn man sich da vor die Biste stellt Aber okay, Mann, so muss das, Alter War wohl nix bunte, ne? Du, ein Noob, Alter, ganz ehrlich Der steht direkt vor mir und ich schieße und treffe den nicht, weiß Nein Oh, Alter, der, nein Gollum Sorry Du weißt, dass du Raketen hast, wenn du dich gerade ausrichtest, du Arschkopf Oh, Alter, ich bin da rüber gejumpt, ey Ach, Alter Du bist echt ein Sohn an der Zigeunnerin, ganz ehrlich Natürlich aber nix bunte Zigeunner Kann man das überhaupt sagen, weiß ich gar nicht Matcha, was ist denn aus eurer Allianz geworden? Ja, die helfen mir irgendwie nicht mehr Du bist letzter Ja, ja Du musst den Dennis holen, du musst den anderen holen Ja, deswegen ist der Bronz mir gerade völlig entgegengebrochen Wo fährst du hin? Ja, irgendwo falsch abgebogen, wir haben keine Ahnung Komm doch mal, hart verkackt Ja los, Matcha Was machst du? Wieso, wie der Bronz mir auf einmal entgegenkommt? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Ich bin zu wenig jetzt Okay, was ist da los? Ah Der Dori Kleiner Gundi Scheiße, Mann Bronz, knall ihn weg Dennis kommt, Bronz Uster, uster Na, Dennis ist weggezogen Okay, wir müssen uns erstmal um Gaulung kümmern jetzt Okay Lass den Dennis irgendwo abfangen, Mann Warte mal Ja, ja, ich warte im Tunnel Ja, jetzt ab geht's Ja, ja Ja, verdammeln, ne Ich hab den Checkpoint verpasst Ja, ich hab den Checkpoint verpasst Los geht's mal Also wir sind ja jetzt noch harmloser als davor Ja, eh, wir machen ja gar nix mehr hier Wir sind ja eingeschlafen hier Team Rocketman Gollum, warte, Gollum, warte Gollum, warte, 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 gollum, warte Gollum Da kommt Dennis Wollum, warte, gollum, warte, gollum, warte, gollum Scheiße, man, Dennis ist grad Dirk vor mir gefahren Ich suche Gegner Ach, ich hab nämlich Gollum getroffen Hammer Mann, Hammer Okay, go, 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 go Was hat der denn das Kohlen hier, Mann Was hat der denn für'n Abschuss? Alter Ok Mann, ich muss mich opfern, Mann Runde 5 Tschüss, Leute Okay Du musst ihn treffen, Bronzo, du musst ihn treffen. Es gibt nur eine Chance, Mann. Bitte. Alles oder nix. Bronzo, wo fährst du hin? Nein, 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 nein. Ist das dein Ernst? Ich bin falsch gefahren, Mann. Okay, warte. Oh Mann, paar weiter. Bronzo, wer ist mit ihm jetzt hinterher? Ich muss mich ja vor euch opfern hier. Ich muss mich ja vor euch opfern hier. Der Gollum fährt zurück, der Gollum fährt zurück, der Gollum fährt zurück, der Gollum fährt zurück, wir müssen ihn wegraben. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Los, Mannschaft, gib Gas, Mann. Der darf nicht erster werden. Super. Ey, das ist echt scheiße. Was ist denn los, Alter? Wo ist der überhaupt das Ziel, ich seh das gar nicht, Alter. Was ist das denn, Alter, ganz ehrlich? Das ist die richtige Allianz, Alter. Los, Mannschaft, gib Gas, Mann, los, Mannschaft. Komm weg. Nein. Ey, schallah. Mann, hier. Geh mal raus. Ach, ihr seid richtig allianz, ihr G's. Ja, war schön, ne? Bronzo sitzt da noch im Auto. Ja. Bronzo, ich spreng dich weg. Ja, das war eine XXL-Folge von diesem Rennen. Bronzo, guck mal. Und guck, was der Bronzo jetzt macht. Voll die Abfuhr. Oh, Bronzo spreng dich weg. Oh, Bronzo spreng dich weg. Ja, das zeigt aus. Ey. Geht so. Und jetzt noch dein Auto. Yo. Und jetzt noch mein Auto. Hat richtig viel Spaß gemacht. Und das war eine neue Folge GD Online. Mal gucken, was wir in der nächste Folge machen. Oh, na.